Ich finde im Fahrstuhl übrigens immer geil, wieder die Ladezeiten so praktisch überbrückt abgesehen. Es kommt ja manchmal immer noch dieses Laden, aber hier zum Beispiel nicht. Das finde ich so cool. Machen zum Rausschleudern. Somit hinaus in den Raus. Okay. Okay. Okay, das war äußerst Fail Zack Und schon wieder sind wir ein bisschen weiter Von den insgesamt 19 Levels, die es hier anscheinend gibt Es sei denn, es gibt noch Bonus Level, von denen ich nix weiß Auf jeden Fall steht da in der Tafel immer so und so viele von 19 Und ich hoffe, das geht dann auch alles klar Das ist ja jetzt 13 von 19, da seht ihr es Wenn Sie nun beide Portale kontrollieren, könnte der nächste Test sehr, sehr lange dauern Wenn Ihnen schwindlig der Tor doch ist, kippen Sie ruhig um Ein Innovationsmitarbeiter wird Sie mit Magenmitteln und Adrenalin wiederbeleben Aha Hat der jetzt geklappt oder nicht? Gibt es denn noch irgendwo einen Stein oder so? Du verstehst es nicht Ah, ich glaube ich verstehe jetzt Wo habe ich denn jetzt mein 1 Portal legelassen? Okay, ich muss wahrscheinlich das blauen So Und zack Von den bereits erwähnten festen Testprotokolls dürfen wir sie nicht mehr belügen Nach den Tests wird man sie vermessen Okay, das heißt entweder wollen Sie mich umbringen oder irgendwo hinschicken, wo es cool ist Ich hoffe, irgendwo hinschicken, wo es cool ist, weil das wäre echt cooler als irgendwo Tüten Tüten 614 von 19 Wir weisen Testpersonen, die gamma-strahlende Hochenergie-Portal-Technologie verwenden möchten, daraufhin, dass sie eventuell über Vorschriften informiert werden. Weitere Informationen über Vorschriften sind weder erforderlich noch erhältlich. Und sie sind ein hervorragender Testkandidat. Hup! Hup! Da geh ich mal lieber den sicheren Weg. Hup! Hup! Sift aktiviert. Yay! Ich hab also irgendwas geschafft. Lorde Dorton! Das Enrichment Center achtet auf das Wohlbefinden aller Teilnehmer. Kuchen- und Trauerverarbeitung stehen am Ende des Tests zur Verfügung. Danke, dass wir Ihnen helfen durften, uns zu helfen. Das war easy. Wichtiger Testarber hat verstört. Ähm... Ja, sorry. Ja. Ich will mal sagen, das war's. Mit den... Weitere Stunden Level. Wartab geht's zum nächsten Level! Wartab geht's zum nächsten Level! Was muss ich hier machen? Hier gibt's eine Treppe. Aber hier gibt's auch ein... komisches Ding. Okay, ich... Achso, ja. Okay, das erklärt mir jetzt gerade so einiges. Wichtiger Testarber hat verstört. Ah, ich hab Kamera... ...abstoß freigeschaltet. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber okay. Und... Hat geklappt. The King is in the Garden. Hier einfach nochmal das Gleiche. Er... érie, Ally! Schöööö Okay, warte, dann muss das anscheinend... Doch, er ist noch da. Okay, ich bin ein bisschen überfordert, gerade sorry, Leute. Ähm, das, äh, muss sein. Ah, nee, da hin. Ha, oh siehst du auch. Jetzt wieder auf der Rückweg. Ah, ist das. Was haben wir jetzt? Geht doch. Okay, jetzt war mal wieder eine dumme Idee. Äh, ja. Okay, da bin ich wieder gestorben und ich darf nur noch einmal sterben, hab ich ja gesagt. Wichtiger Test-Arper hat zerstört. Ich glaub, ihr weiß ich, was ich tun muss. Weil, werd ich jetzt nämlich von, weil die alleine hochgehen, weil ja keine komischen Kreise dritt sind. Weil keine Stromleitung, sag ich mal. Und sie jetzt hier ein Ding machen. Da ein Ding sagen, dann gucken. Da, das ist tot. Dann geht da das Ding auf. Dann machen wir sie da. Das ist schön. Ich kann alle meine Organe spenden, falls ich draufgehen würde. Okay, das ist, äh, sehr schön. Also, paar Organe würde ich als Frau anbehalten. Behalten. Auch als Mann. Obwohl, würde ich mich überhaupt zerstückeln lassen? Ich glaub, näher, ich würde mich nicht zerstückeln lassen. Und ich will nicht dadurch einen anderen Menschen helfen könnte.